Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Daggerfall und wir haben sehr sehr wenig Leben. Da vorne ist ein Skelett, der wird uns kaputt machen wenn wir zu ihm gehen. Da vorne haben wir einen Thron und ich weiß jetzt nicht ob wir hier runter müssen oder dahin aber kann sein dass wir drauf gehen werden. Gegen dem kämpfen wir keine gute Idee. Und ich sag es gerade noch. So laden wir das hier noch einmal. Können wir hier einfach runterspringen? Nö, runterspringen können wir nicht. Würden wir auch nicht überleben. Super. Kann ich rennen? Ja, ich kann so rennen. Nice. Müssen wir hier hoch? Nein, 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 komm schnell weg. So. Äh, Imp just died. Wer ist denn der Imp? Hier kommen wir nicht weiter. Nö, ah nein. Das ist keine so gute Idee was wir hier machen. Aber wir wissen schon mal, hier geht's, also da vorne geht's nicht weiter. Versuchen wir mal einen anderen Weg. Da weiter geradeaus. So und wir werden jetzt erstmal ein Weilchen nur drauf gehen. So. Wer weiß, vielleicht geht's hier weiter. Hier haben wir schon mal sowas. 26 Gold. Nice. Aber hier geht's auch nicht wirklich weiter. Und da hinten kommt schon das Skelett auf uns zu. Uiuiui. Nicht, nicht gegen mich. Schnell weg. Okay. Dann schauen wir mal unten. Gibt's hier irgendwo? Hier ist ein Weg. So. Ich hoffe, der kommt nicht hinter uns her. Boah. Nö. Ich muss hier raus. Ganz schnell. Ähm. Hier vielleicht nochmal ein Savegame machen. Auf die zwei. Wir sind zumindest nochmal hier oben, ja? Ah, hier geht's auch hoch. So. Nein. Wir werden nichts überleben, wenn wir jetzt hier ganz normal weitermachen. Hier scheint eine Tür zu sein, aber wir gehen mal hier hin weiter. Uiui. Nein. Nicht gegen mich. Äh. Ich hoffe, hier ist der Ausgang. Ein Impess gestorben wieder. Ach nö. Nein. Hier ist eine Geheimtür. Dann lassen wir die mal gegeneinander kämpfen. Ähm. Hier geht's auch nicht weiter. Okay. Wo müssen wir hin? Von da kamen wir. Aber da geht's nicht weiter. Ah. Die Orientierung. Toll. Die Kartensteuerung ist super. Hey. Jetzt ernsthaft. Wo? Was ist das? Was macht das? Keine Ahnung. Oh. Wir hätten hier eine Tür. Und ich hoffe, dass das uns rausführt. Von hier kamen wir. Was? Ja? Oh. Da. Da ist aber auch noch eine Tür. Wenn das jetzt der Weg raus ist. Und wir jetzt noch einmal drauf gehen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass das hier. Boah. Nein, 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 nein. Ja. Okay. Es gibt nur einen Weg. rauszufinden wo wir hin müssen nämlich da wieder runter und das überleben wir nicht hier toll nein das war ein bisschen zu weit ich wollte auf den thron springen wo ist denn der thron hier ist doch nein nicht zu weit nein aber soll das jetzt gehen wir erst mal nur noch drauf vielleicht müssen wir den kompletten weg jetzt so wieder zurück ja nicht so nice fände ich jetzt oder hierhin keine gute idee so hier ist das eine tür schnell an allen vorbei bringt mir gar nichts hier zu sein herr wo ist jetzt der ausgang ist hier vielleicht noch eine tür irgendwo hier mit dem toten moment mal waren wir nicht schon mal hier ja hier waren wir doch schon sie vielleicht noch eine toll die die map steuerung ist echt klasse vor allem ich sehe nichts wo ich hin muss hier gibt es keinen ausgang oben ganz oben gab es nicht wirklichen ausgang hier bringt es uns nichts irgendwo hin zu gehen und sehen tut man eh nichts hier das ist der falsche weg da werden wir eh nicht mehr wie überleben das ist der falsche weg gibt es hier vielleicht noch einen ausgang nee auch nicht und der kommt uns hinterher ja bitte töte mich nicht ich will nur weiter leben ich will hier nur raus stimmt hier gab es keinen ausgang ne oder? gibt es hier einen ausgang? ne tür? ne nur ein skelett der uns der uns umringen will und hier noch ein dieb ihr dürft gegeneinander kämpfen kommt ihr dürft miteinander kämpfen hier ist noch eine tür der auch nirgendwo hinführt boah was war das denn? was war das? klein bett died hier geht es auch noch weiter und ich habe jetzt nicht gesehen was uns hier getötet hat okay wir müssen hier vielleicht etwas bedachter vorgehen und nochmal überlegen wo es hier raus geht vielleicht müssen wir doch hier hin ich höre hier aber irgendwie noch ein monster ouch vielleicht ist wirklich hier irgendwo oben Ausgang irgendwo hier und der skelett ist hinter uns her war hier nicht eine tür? boah das ist ein Bogenschütze nein komm kämpft ihr gegeneinander ja toll wie komme ich hier jetzt raus? warum kämpfen die nicht zuerst gegeneinander? aber da war ja eine tür okay das heißt wir müssen da es noch einmal versuchen aua so wir sind von der Radwege getötet worden herrlich so der hat uns nicht getroffen auf diese art das finde ich super dann wollen wir jetzt nochmal hier versuchen wo ist denn die Ratte jetzt? der hat uns auch nicht erwischt super ein Impus gestorben und hier gab es irgendwo eine geheime Tür super und noch einmal da kommt eine Ratte ouch das werden wir auch nicht überleben okay hier kämpfen die gegeneinander Giant Battle ist gestorben okay und eine Ratte ist gestorben wie sieht es hier aus? ah hier ist wieder ein Weg ich würde sagen ähm ich versuche das irgendwie ein bisschen vorzuspielen mehrmals zu versuchen bis wir den Weg finden und dann mache ich hier mal einen kleinen Cut bis gleich so ich habe mal gegoogelt äh wo der Ausgang ist und der ist ja nein aber hier hinter ist irgendwo ein Hebel oder so es ist da wo der Skelett Krieger ist nein ihr habt den Hebel gesehen oder den müssen wir erreichen wir müssen zu diesem Hebel dann öffnet sich ein Weg so nein hier geht es nicht weiter runter hier war das glaube ich ja so jetzt sind wir wieder unten wo sind der Skelett Krieger so komm benutzen und jetzt sind wir drauf gegangen toll alles wieder von vorne aber das ist der Weg den wir zu erreichen haben nein bitte nicht hauen ja ich will hier nur raus so vielleicht müssen wir den Skelett Krieger nach unten locken so der ist jetzt hinter uns her ja kämpf kämpf gegen die genau kämpf gegen die da so jetzt ist er wieder hinter uns her so ich hoffe der bleibt schön weit weg von uns und jetzt ah boah das war knapp so wir müssen es weiter versuchen wir können da jetzt hin wir können da jetzt durch und ne können wir nicht nein okay noch einmal nein nein warum springt er oh alter ich kriege hier gleich einen Kollaps so stark wie wir hier immer drauf gehen aber die Strategie die wir hatten die war schon genial fand ich so den Skeletten wieder hier runter manövrieren und dann wieder den gesamten Weg hier hoch komm genau kämpf gegen gegen den da so und komm okay wo ist der? da unten da müssen wir den gesamten Weg wieder nach oben geh ich mal von aus ne hier nicht hab ich mich jetzt erschrocken so und hier jetzt und jetzt wofür war das jetzt? was hat uns das jetzt gebracht? was hat uns das jetzt gebracht? ja bleib bitte da unten ja müsste da nicht ein Weg gewesen sein oder so ich würde sagen ich google das noch einmal und dann sehen wir uns gleich wieder okay das war nur eine Abkürzung um hier nach oben zu kommen es soll hier irgendwo sein die erste Tür vielleicht hieß das genau da da ist der Ausgang boah schnell Save Game ne wir machen hier drauf ja wir haben es geschafft wir sind frei jetzt ist die Frage wohin aber wir haben es raus geschafft nice aber hieß das nicht wir sind gestrandet worden oder so und dann sind wir hier okay wir schauen mal auf der Map wo sind wir wo sind wir wo sind wir wie weit kann ich rauszoomen ähm wie weit kann ich rauszoomen ähm taverns shops guils ok so kann ich wieder reinzoomen reinzoomen wie weit kann ich ihn rauszoomen ok keine Ahnung wir müssen aber eine Stadt finden ich habe keine Ahnung wo sie sein soll und ich habe wenig Lust jetzt von irgendwas attackiert zu werden ist das eine Person oder ne das ist nur irgendein Gegenstand die sind Dekorationen oder sowas ok was ist das jetzt für Musik werden wir angegriffen ne scheint nicht so zu sein aber es ist schon deutlich geiler als der erste Teil muss ich jetzt schon sagen als Arena vielleicht liegt es auch einfach an der Unity Engine weiß ich jetzt auch nicht bin ich mir auch nicht sicher dass es so ist die klassische Variante habe ich jetzt nicht angespielt angezockt weiß ich nicht ob die dann auch genauso wäre aber es wird schon dunkel und vor der Dunkelheit hätte ich jetzt ein bisschen Angst weil könnte sein dass wir dann vielleicht sogar angegriffen werden weil dann irgendwie Monster spawnen oder sowas aber ich hätte jetzt gerne irgendwie eine Stadt oder so in der Nähe oder zumindest eine kleine Siedlung irgendwas wo eine Taverne ist irgendwas wo wir uns hinlegen können Leben und Ausdauer regenerieren so aber erstmal schauen aber schön dass der Dungeon dort auch irgendwo ist können wir den wiederfinden hier das ist da dieser kleine braune Klumpen der da weiß nicht ob ihr den sehen könnt aber da ist der Dungeon und das heißt wir könnten rein theoretisch später nochmal da rein so jetzt will ich aber wissen wie können wir erfahren wo wir hin müssen äh forward yeah das ist Steuerung genau load up page up load down page down jump yeah rest wir können hier rest transport ok äh versuchen wir es mal ähm was war das jetzt continue so rest äh until fully healed nice nice ah nein wo sind sie ach nö komm aber aber das überleben wir nicht doch so was hat er gold schild nice level right arm was haben wir level right so level boots iron brosford haben wir ja was ist das ivory nehmen wir mal mit mal gucken was t bedeutet food horse card horse haben wir nicht card haben wir nicht chip haben wir nicht dann schauen wir mal hier äh steel mode f1 grab mode f2 infomode talk mode ähm center view home wir können also ich sneak notebook ist L notebook automap travel map travel map travel map ist V ok da sind wir so was haben wir hier wir sind da hinten so was haben wir hier hier haben wir Daggerfall ah ok mit rechten maus können wir schneller 1 Daggerfall wollen wir zur hauptstadt so und dann enter do you wish to travel to Daggerfall ja bitte äh transport food horse ship ins camp out available go egal fast 40 ja dann reisen wir dahin you entering deaderfall wir sind da aber es ist dunkel so das sieht nach nattaverna aus ich glaub das hier sind dann wollen wir da mal rein ich glaub die baffe können wir wegstecken und hier sind menschen moin äh good day ja äh where is location äh so taverns hm machen wir mal so machen wir mal so hello i am trying to get to the black äh the black nein nicht die black dungeon oder äh i don't have the first clue i'm afraid now if you'll excuse me ok goodbye ja ok ich hoffe das hier ist es nur wo ist die Tür ah die Musik aus elder scrolls arena ah wie nice oh hallo gute dame my child my poor evelyn buckinghardt is gone stolen away by the dark rubble for cunarders no sweet hideous purpose you must help me max i'll give you all i have 189 gold if you will bring my child back home to me nee haben wir nicht this is a dark day for me evelyn buckinghardt will surely be slain by the dark rubble may her ghost haunt you for the rest of your days haben wir jetzt misgebaut ich will doch nur ein Zimmer wie 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 sieht das denn aus hier guten tag äh ein room ja äh eine nacht bitte eine nur eine 5 gold ah nice dann kann ich hier jetzt rest until fully healed you are healed ok ah wie schön das hier jetzt aussieht mittlerweile wirklich wie spät haben wir es denn 8 uhr 23 on tour das ok boah aber wie schön die musik hier ist vor allem deutlich besser als im ersten teil hier geht es nicht raus hier geht es raus hier geht es raus wir sind 8 uhr abends oder morgens ich weiß es nicht ich bin mir gerade nicht sicher aber ey wie schön ist das boah ich feiere das gerade wirklich ich bin gerade echt sprachlos für so ein altes game sieht das echt schön aus ok es muss wahrscheinlich an der unity engine äh geschuldet sein dass es so schön aussieht general store nice vielleicht kann ich ihm ein bisschen was verkaufen so incense und soft music soothe your nerves as you cross the verse hood each item in this shop is carefully mounted and displayed not the slightest effect can be detected any item within ah nice so repair items sell komm wir können irgendwas verkaufen ne komm elven saber können wir verkaufen steel dagger steel warhammer einen arrow so sell listen i will offer you the absolute maximum i can without losing my shirt here is 266 gold take it and tell all your friends you cheated me ok ah ich finde das aber angenehmer als im ersten teil wirklich ist deutlich angenehmer weil mich hier einfach direkt so aussuchen können ich habe jetzt keine ahnung was das hier macht magic items haben irgendwas auch ich kann twice klopping äh Baba Yagt und the light and the dark können wir beide auch noch verkaufen äh i can give you 721 jah machen wir auf jeden Fall wir brauchen das nicht ingredient haben wir nix so So, hier ist das aber wahrscheinlich genauso wie vorher, was diese Statistik hier angeht. So, dann, der hat doch bestimmt irgendwas, Talk. Boah, ist das schwer zu lesen. Hmm, ich denke, wir müssten dafür erstmal wieder kämpfen. So, wird es dunkler oder heller? Bin mir gerade nicht sicher. Ich würde aber sagen, wir müssen irgendwie rausfinden, wie wir Quests erfahren. Ähm, so, Character Sheet Inventory Status, so, Logbook ist L, Notebook N, dann schauen wir mal. Erstmal N, Notebook. Achso, das ist nicht das, was wir suchen, sondern hier. I am on a mission from the Emperor to investigate the shade of King Lysandos. His spirit has been haunting the city of Degafon. The Emperor himself has charged me with the duty of laying his ghost to rest. There is also the minor matter of a letter he sent to the Queen of Degafon. If I should find out what happened to the letter, he would be most appre... We are here, but we are here in Degafon, so, I have to find out where Yarl House is. Na, Königshaus, Entschuldigung. Yarl House war doch eher hier Skyrim. Und ich freue mich, wenn wir da auch ankommen, endlich Skyrim zu spielen. Oder noch besser, Elder Scrolls VI, sobald das raus ist. Ich hoffe wirklich, dass wir es bis dahin schaffen. Also, mit Skyrim fertig zu werden, meine ich, äh, bis Elder Scrolls VI raus ist. Hier ist eine Tür. Ich würde sagen, hier vielleicht noch mal ein Save Game machen. Nein, hier drauf, auf die Eins. Ja. Dann riskieren wir es mal. This lock has knapp to feel from me. Okay, das, aber das gehen wir da mal lieber nicht. So, aber ich sehe schon, wir sind wieder bei einer halben Stunde. Ähm, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir mal das Königshaus hier. Und versuchen unsere erste Hauptpest zu finden. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Und ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020